und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin zu der bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr einschaltet hier zu einem neuen video hier auf diesem kanal hier schauen uns heute mal world of subways volume 2 an u7 berlin so heißt das ganze ist vor vielen vielen jahren erschienen noch von tml studios die jetzt ja bereits bekannt sind hier unter den fernbus simulator oder den tourist bus simulator oder ja auch den neuen bus simulator der auch irgendwann jetzt erscheinen soll ja damals hat man sich hier eher auf schienensimulationen konzentriert weswegen sich hier diese world of subway reihe gab so 1 bis 4 man hatte damals für den microsoft train simulator dcs veröffentlicht und so weiter und so fort ja aber ich dachte mir so komme ich als berliner muss dieses ding hier auch mal let's plane hier auf den kanal deswegen werden wir uns heute die linie u7 anschauen werden das ganze hier ich glaube wir fahren von spandau nach rudow wenn mich jetzt nicht alles täuscht werden wir gleich sehen und ja ich möchte gerne euch mitnehmen auf diese reise wenn alles klappt sogar in 4k bin ich mal gespannt ob das ganze funktioniert und von daher würde ich mal sagen wir jumpen mal hier rein werden wir hier so weit alles vorbereiten und naja lassen uns mal überraschen so ja wie gesagt damals war man halt noch muss leider den ton ein bisschen leiser machen was tut mir leid aber es bringt nichts wenn ihr mich nicht hört so machen wir jetzt noch mal auf ein neues sieht vielleicht ein bisschen besser aus ja wie gesagt damals war man eher so dran gewesen sie ja so eine schien simulation zu machen also wie gesagt train simulator wie gesagt die world of subway reihe glaube der vierte der ist jetzt gar nicht so alt glaube das müsste jetzt auch zu drei vier jahre sein oder so was wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ja also wir standen hier in spandau genau und ja world of subway 2 war absolutes highlight wird mittlerweile verramscht voll für nur ein paar euros oder sowas also das kann man sich echt mal geben sich das mal anzuschauen man hat den fahrplan modus es gibt hier aufgaben die man hier fahren kann und so weiter und so fort ich glaube ich muss hier gar nicht eigentlich zu erzählen weil das wie gesagt hat wirklich schon sehr sehr alt ist so allerdings müssen wir jetzt erst mal wo waren das jetzt ach so ne warte mal es war ja hier gewesen genau und jetzt brauche ich jemanden wirklich jetzt meine maus ja hier so müssen wir jetzt nicht hier nämlich passt das jetzt kann man das hier wieder zu machen und wenn wir jetzt nämlich ja aussteigen steht jetzt ja auch eine usien nach rudo also man muss schon sagen also es sah schon immer ziemlich geil aus das würde mal leider weiter gucken weil mir fehlt noch ein fenster da ist es sondern dann können wir jetzt zurückbleiben bitte so tontechnisch passt das ganze nicht ihr hört es ja selber irgendwie klingt das alles ein bisschen eigenartig als stadt spandau Lass uns mal wieder dran gewöhnen hier. Zug nach Rudow, einsteigen bitte. So wir dürfen abfahren. Na jetzt geht es los hier. Zurück bleiben bitte. Von daher dachte ich mir so, wir müssen uns das Ganze mal anschauen. Ich habe das schon längst aufgeschoben gehabt, schon ewig installiert hier. Es gibt es mittlerweile auch auf Steam, also könnt ihr euch das dementsprechend auf Steam kaufen. Aber es ist halt nur diese eine Linie, die ihr zur Verfügung habt. Ich glaube insgesamt gibt es zwei verschiedene U-Bahn-Typen. Müssen wir mal gucken, ob wir uns die zweite dementsprechend auch nochmal angucken. Und ja, ist natürlich hier alles komplett unterirdisch. Wir sind hier nicht mal irgendwie oben an der frischen Luft. Deswegen muss man hier mal so ein bisschen gucken, wie abwechslungsgleich haben sie das Ganze denn gebaut. Und ich muss sagen, sie haben es eigentlich recht gut getroffen im Großen und Ganzen. Die U7 zählt ja auch... Oh, das war falsch. Die U7 zählt ja auch mit zur fast längsten Linie hier. Wie gesagt, von Spandau bis nach Rudow. Das ist schon... Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Ganz schöne Stücke, muss man mal sagen. Zurück bleiben bitte. Aber ich weiß noch, wo ich mich damals ja bei der BVG beworben hatte, als... Ne, bei der BT war das. Bei der BT. Ähm, hatte ich mich als U-Bahn-Fahrer beworben. Und da habe ich mir den hier tatsächlich mal so ein bisschen gegriffen. Hab das Ganze mal so getestet und alles was... Ja, leider ist mir dann aber aufgefallen, dass es eigentlich gar nicht meins ist. Wenn du die ganze Zeit da wirklich da unter der Erde bist. Das... Ich glaube, das muss man schon irgendwie ein bisschen abkönnen. Glaub ich so ein bisschen. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder nur so ein Job wie jeder andere. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann geht das schon. Ähm... Ja, aber so im Großen und Ganzen... Finde ich eigentlich den Job als U-Bahn-Fahrer schon ziemlich geil. Damals wäre... also... wäre ich... lieber aufs Kleinprofil gegangen, statt aufs Großprofil. Fasselhaft. Weil... Strecken vom Kleinprofil-Netz... nämlich einfach doch ein bisschen... oder ich finde sie halt persönlich ein bisschen interessanter. Okay. Wir sind pünktlich. Das ist schön. Zurück bleiben, bitte. Es ist natürlich jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, dass das jetzt eine gute Qualität ist, obwohl ich doch eigentlich so, wenn ich mir das Ganze so mal so ganz genau anschaue, ist das Ding nicht hässlich gealtert eigentlich. Das sieht schon echt gut aus, gerade auch im 4K, wenn man das Ganze so mal so sieht, sieht das schon wirklich fantastisch aus. Dafür, dass es, ich glaube, ich weiß nicht, das muss so um 2010 irgendwie so erschienen sein, das Ganze. Kann man sich das doch wirklich noch heutzutage gut anschauen? Die US-7 wird es ja auch irgendwann mal, eventuell ja dann auch für Lotus geben. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze denn nachher da aussieht in Lotus. Zug nach Rudow, einsteigen bitte. Einsteigen bitte. So, dann sind alle drin. Ja, also wie gesagt, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze denn nachher da aussieht und wie das läuft. Aber wenn man sich das Ganze hier mal so ein bisschen anschaut, so die ganzen Texturen, das sieht schon auch dafür, dass es jetzt, ich sag mal, in 4K jetzt ist, kann sich das echt heute noch sehen lassen. Ja, sonst habt ihr hier die ganz normalen Tasten hier, die ihr hier drücken könnt. Ich glaube, die sind bei allen World of Subways-Teilen irgendwie gleich. Ich habe sie alle da tatsächlich, aber mich interessiert das Ganze nicht so wirklich, so World of Subways aus anderen Regionen jetzt halt. Von daher war der hier schon, oder ist der hier schon ziemlich genial, ja. Ich weiß auch nicht, wie die Aufgaben aussehen, weil ich eigentlich immer nur den Fahrplanmodus getestet habe. Hier in World of Subways, das war schon bei den anderen Teilen so gewesen. Außer im 4. World of Subways 4, da habe ich dann immer tatsächlich mal die Karriere mir mal angeschaut. Ja, naja. Ein absolutes Highlight war nicht gewesen, obwohl sie da wirklich die Story ganz groß beworben haben. Im 4. Teil. Rohrdamm. Rohrdamm. Zug nach Rudow, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Wie gesagt, das mit dem Ton, das habe ich tatsächlich nicht nur bei 4K, das habe ich auch bei Full HD oder wenn ich das ganz normal spiele jetzt halt einfach. Das ist halt auch, ich weiß nicht, warum der Sound nicht so nicht so 100% hinhaut. Zug nach Rudow, einsteig links. Zug nach Rudow. Und jetzt ist es einfach nicht so 100% hinhaut. Zug nach Rudow, einsteig links. Zug nach Rudow. Und jetzt ist es auch ein Lasshahn, aber es ist einfach so 11% hinhaut. Zug nach Rudow, einsteigen bitte. So, Zug nach Rudow, einsteigen. Ja, wir dürfen eh noch nicht fahren. Die weiße Lampe leuchtet noch nicht. Zeigt für uns denn oder signalisiert uns denn, dass wir pünktlich sind. Dass wir jetzt abfahren dürfen. Ja, also wie gesagt, wo ich ja dann auf jeden Fall da war, mussten wir die ganzen Tester machen und alles sowas. Also das hat alles geklappt. Aber ich weiß nicht, es war irgendwie... nicht das, was ich wollte. Ich meine, schaut es euch an. Ihr seid halt wirklich die ganze Zeit echt nur im Keller. Ich meine, ich rieche ja diesen Duft sehr gerne. Ich weiß ja nicht, kennt ihr so feuchten Kellergeruch? Göttlich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für mich jetzt das Ding gewesen wäre, was ich nie gemacht hätte. Ausstieg links. Ausstieg links. Zug nach Rudow, einsteigen bitte. Ja, einsteigen bitte. Unten sehen wir den Stationsmonitor. Wo wir dann sehen, wie viele Leute noch ein- und aussteigen, die Abfahrtzeiten und alles was. Daneben haben wir den Streckenmonitor, den wir schon bereits aus dem Microsoft-Train-Simonator kennen. Also da hat man sich ein bisschen was abgeguckt. Und der zeigt halt einfach an, wann die nächste Station ist, was für Signale wir hier haben und so weiter und so fort. Jakob-Kaiser-Platz, Übergang zum Metrobus. Das sieht man ja hier nicht, weil spiegelt sich ja hier nichts. Und ich glaube, 70 Menschen darstellen, das hätte schon ein bisschen was an der Performance gekostet. An sich läuft es halt super flüssig, halt auch auf älteren Systemen und alles sowas. Ja, also da kann sich es halt auch nicht. Also an sich muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte nie wirklich Probleme mit TMS-Studios gehabt und ich habe sie auch heute nicht. Denn auch so viele wie den Fernbus-Simulator hassen oder auch den Tourist-Bass-Simulator. Ich habe jetzt keine großen Probleme. Ich finde halt bloß persönlich, sie sollten zu ihren alten Stärken zurückkehren und sollten sagen, okay, vielleicht sind doch nur noch Schienensimulationen, dass wir vielleicht die richtige Wahl. Aber naja, soll jeder selbst sich entdecken. So 60 dürfen wir nur. Schöner ist, wir können hier den auf Vollpulle lassen und dann können wir einfach einstellen, so als kannst du weiter. Jungfernheide, Übergang zur S-Bahn. Ausstieg links. Wir sind sogar, wir sind pünktlich. Unser weißes Lämpchen blinkt noch nicht. Also auch da alles richtig gemacht. Jetzt dürfen wir. Zurück bleiben bitte. Untertitelung. Mierendorfplatz. Mierendorfplatz. Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. Ausstieg. Ausstieg. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde mal gucken, dass wir mal die alten Add-ons mal wieder vorkramen von TMA Studios für den Microsoft Train Simulator und uns da nochmal die U2 anschauen und die Linie U8, die sind ja damals exklusiv für den Microsoft Train Simulator erschienen und die waren auch großartig. Zug nach Udo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das Problem ist, bei den Add-ons von dem Microsoft Train Simulator ist, dass man das heutzutage nicht mit Open Raid spielen kann. Das bedeutet, wir haben eine Auflösung von 1024 über 768. Heieieiei. Zug nach Udo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das mit dem Ton, das ist ja schon ärgerlich. Da merkst du halt immer, dass neue Systeme halt alles kaputt machen. Wie gesagt, das hat jetzt auch nichts mit dem 4K zu tun. Ich weiß nicht, was hier irgendwie vielleicht Sound-Einstellungstechnisch oder sowas. Willmersdorfer Straße. Übergang zur S-Bahn. Ausstieg links. Schade, warum heutzutage keiner mehr so was als DEC zum Beispiel für den Train Simulator veröffentlicht oder sowas. Das finde ich immer ein bisschen schade. Zurückbleiben bitte. Adenauerplatz. Übergang zum Metrobus. Weil ihr hört es ja, ne? Die Stimme von der Frau, die ist ja klar. Es ist halt nur echt die Fahrtöne. Zug nach Udo. Einsteigen bitte. So, ade, ne? Adenauerplatz. Können wir uns natürlich hier auch frei bewegen, halt wie in jeder anderen TML-Studio-Simulator-Welt, ja. Können wir uns jetzt hier mit der Taste C hier auch umschauen. Können wir jeden einzelnen Bahnhof uns hier angucken. Wenn ihr da natürlich Bock drauf habt. Also ein bisschen so wie bei, oh, TML-Studio, äh, TML, sag ich schon, ähm, Train Sim World. Das ist natürlich nicht so schön hier. Ob die das wissen. Das ist über Steam. Also eigentlich, wenn es da einen Patch gegeben hätte, dann hätte er es ja automatisch runtergeladen. Ähm, naja. Zurückbleiben bitte. Ja, es ist aber halt leider immer so, dass die älteren Simulatoren einfach den, da kommt kein Update mehr oder sowas. Das finde ich halt echt schade, ja. Ich weiß, man hätte es auch wahrscheinlich einfach so 1 zu 1 umsetzen können, dass der Microsoft-Friend-Semulator heute immer noch auf Windows 10 funktioniert, ja, wenn man es halt dementsprechend patchen würde. Aber warum denn, ja. Die Leute haben ja damals für ihre Hältezeit und warum sollen sie es heute noch nutzen sollen. Das ist immer wieder das Gleiche. Konstanzer Straße. Ausstieg links. Zug nach Dodo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Verbelinger Platz. Zug nach Dodo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeitdruck. Jetzt müssen wir ein bisschen beschleunigen hier. Ausstieg links. Ausstieg links. Ausstieg links. Zug nach Dodo. Einsteigen bitte. Machen wir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Warte ist 31. Zurückbleiben bitte. Berliner Straße. Übergang zur U9. Ausstieg links. Berliner Straße. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin ein, zwei Mal mit der Linie gefahren. Aber da hatte man auch noch kein Auto. Zug nach Dodo. Zug nach Dodo. Einsteigen bitte. Ja, ja. Das ist, Jacksett wirklich. Diese Linie endet halt nie, ja. Zurückbleiben bitte. Ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber naja, lassen wir uns mal überraschen Was die Zukunft jetzt mit Lotus mit sich bringt Wie gesagt, das ist ja die Linie Die U7 mit dabei sein soll Da können wir uns mal echt überraschen lassen Wie das Ganze nachher Lotus aussieht Jörgstraße. Übergang zur S-Bahn. Jörgstraße. Ausstieg links. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Ja, alles einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mückernbrücke. Übergang zur U1. Ausstieg links. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Ja, so, Mückernbrücke. Also wie gesagt, an sich ist echt gut gelungen. Auch die anderen Teile, wie gesagt, die sehen sehr, sehr qualitativ hochwertig aus. Also Wird auf Subway 1, 3 und 4. Also 4 sowieso. Was halt der letzte Teil ist. Ich glaube, da fährst du mit der U-Bahn durch Queens oder sowas. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Aber ist, wie gesagt, halt, wenn es sich dafür interessiert, ist ein absolutes Highlight. Ja, sollte man sich angucken. Und wie gesagt, grafisch kann sich das auch mehr als sehen lassen. Mehringdamm. Übergang zur U6. Dieser Zug endet hier. Ausstecken alle Fahrzeuge. Auszusteigen. Das war falsch. Enden wir noch nicht hier. Zug bleiben bitte. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. So, Abfahrt ist erst 41. Wie gesagt, wenn man hier das so ein bisschen guckt, ja, dann sieht es natürlich ein bisschen altbacken aus. So unscharfe Texturen und alles sowas. Aber so vom Dashboard her, konnte ich das so sehen. Das ist ein Schade. Das hat die Instrumente, wie sie wirklich funktionieren. Na, das ist dann schon... Zurück bleiben, bitte. Also diese Soundprobleme... Wahnsinn. Gneisenau-Straße. Ausstieg links. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Ja, ihr merkt, ne? Also es ist schon... Zurück bleiben. ...ne höllisch lange Fahrt, die wir hier bestreiten. Ich glaube, ich habe auch immer gelesen, also, dass die U7 die drittlängste oder viertlängste Linie auf der Welt ist. Also... Soll schon was heißen? Und das ist halt einmal quer durch Berlin. Also es ist halt... Wahrscheinlich nimmt man die deswegen dann auch zum Beispiel Notus mit rein, ne? Weil das halt einmal wirklich komplett Berlin eigentlich abdeckt. Wir schneiden hier so unglaublich viele U-Bahn-Linien, wo du halt immer umsteigen kannst. Ausstieg links. Ja, der Südstern hier noch im Bau. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurück bleiben, 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 bitte. Ja, und das machst du dann halt den ganzen Tag 8 Stunden am Stück fährst du führ mal hin, führ mal zurück bist du fertig mit deinem Dienst Hermannplatz Übergang zur U8 Ausstieg links Zug nach Udo, einsteigen bitte Das geht aber auch immer schief hier Ja, manchmal siehst du halt immer nicht ich finde, man sieht das halt extrem schlecht Zurückbleiben bitte Coole auch hier an der Sache Der Wird das Subway hier Unterstützt sogar den Rail Driver also den Rail Driver Cab wenn ihr den habt Funktioniert tatsächlich ich habe das getestet und ja macht schon Spaß aber es ist halt wirklich nur dieses Fahren hier ich weiß nicht also für mich muss ich immer so sagen ich würde das wahrscheinlich gar nicht so oft spielen Ja, das machst du zwei, drei Mal und dann fliegt das eigentlich auch schon wieder in der Regel wieder von der Platte Ausstieg links Ach, Rathaus Neu Köln Ich habe das akustisch gar nicht verstanden gehabt Ja, auch teilweise Werbung für ihre eigenen Spiele gemacht hier Denn man muss dazu sagen dass TMS Studios zum Beispiel ja nicht nur Simulationsspiele gemacht hat sondern die haben sich auch an Action-Spieler angetraut Also Auch sowas haben die schon gemacht gehabt Müsst du doch mal bei TMS Studios auf die Seite gehen könnt ihr mal gucken Sunrise oder sowas nennt sich das irgendwie Es ist jetzt aber allerdings kein AAA-Spiel hier also das muss man mal lassen Ausstieg links Zug nach Rudow Einsteigen bitte Ja, die KM-Archstraße ist gut bestehend hier also das ist ja Ich denke echt viele Leute ein Zurückbleiben bitte Ja, die KM-Archstraße ist gut bestehend hier Also das ist ja Das ist ja Die KM-Archstraße ist gut bestehend hier Ich bin mir sicher, dass ich mich für die KM-Archstraße ist gut bestehend hier Ich bin mir sicher, dass ich mich für die KM-Archstraße ist gut bestehend hier S-Bahn Ausstieg links So Ja, siehst du, sind wir schon mal in Neukölln Zurückbleiben bitte Und jetzt habt ihr ja gesehen, also Du musst, wenn du sowas machst so U-Bahn Simulation oder sowas in der Richtung Du musst hier irgendwie Abwechslung reinbekommen. Ich meine, es sind immer die gleichen Schlauchkanäle, es sind immer diese gleichen Pfosten, die du hast Es ist halt immer irgendwie das gleiche Licht und alles sowas, ja, also außer mal jetzt mit dem blauen Licht hier Aber sonst hast du halt immer in der Regel alles immer das gleiche. Und das lässt das Ganze natürlich extrem eintönig werden Und das stelle ich mir halt super schwierig vor Das halt alles in so eine Simulation umzusetzen, so und jetzt schaut euch das doch mal im wahren Leben vor. Wenn du halt schon, was ich da, gefühlt deine 12-Stunden-Schichten schiebst oder sowas und halt immer so in dieses Dunkle reinguckst und dann dieses plötzlich schnell helle wenn du halt in den U-Bahnhof einfährst und alles dann wird es wieder dunkel, wieder hell, wieder dunkel, wieder hell Da kriegst du bestimmt eine Klatsche Also, ich weiß es nicht Und wenn du dann halt da gefühlt deine, weiß ich, deine Überstunden noch machst oder sowas, warum auch immer Das ist so eine Konzentration, die du hier behalten musst in diesem Job Zurück bleiben, bitte Also, da kann man halt in dem Sinne halt nicht sagen, dass es die U-Bahn-Fahrer leichter haben, weil sie haben sie ja keinen Verkehr oder sonstiges. Achso, ich sollte vielleicht auch die Türen zu machen Dass sie es nicht schwer haben, weil sie ja hier keinen Verkehr haben, sondern die haben dafür die anderen Sachen, ja, die anderen Ereignisse Du musst halt immer höllig aufpassen auf U-Bahn-Stationen, ja, dass da die Leute da nicht zu dich da stehen Ich meine, wie oft kam das leider vor Ja, dass sich da die Leute da von der U-Bahn geschmissen haben Leider viel zu oft, aber auch darauf musst du halt permanent achten Also, ich weiß nicht Ich meine, das musst du halt überall, ob das jetzt Bus ist Straßenbahn, U-Bahn S-Bahn, alles Sogar ich mit meinem Fahrrad, ja, muss dementsprechend dann immer permanent aufpassen Aber Hier hast du halt wirklich noch Menschenleben mit, äh, noch dabei, falls da irgendwas passieren sollte oder sowas Falls du mal einligst oder so Wenn ich mal einligge auf dem Fahrrad, ja, dann fahre ich halt irgendwo gegen oder falle irgendwie vom Fahrrad oder sowas Ja Aber Naja, das ist halt wirklich so eine Sache Das muss man wahrscheinlich abkönnen Ich weiß auch nicht, wie sieht's denn bei euch aus? Könnt ihr euch zum Beispiel als U-Bahn-Fahrer vorstellen? Oder Ausstieg links Und dann wäre das absolut nichts für euch Wie gesagt Zug nach Udo Einsteigleitete Könnt ihr ja gerne mal die Kommentarfunktion nutzen Und dann. Pahima Allee Übergang zum Metrobus Was hier zum Beispiel auch schade ist, so Sifa oder sowas ist hier leider nicht vorhanden. Ich glaube, das hätte es vielleicht nochmal ein bisschen aufbereitet, dass es vielleicht nicht so, Schalter vor, Schalter zurück, Schalter vor, Schalter zurück, Schalter vor, Schalter zurück. Oh, warte mal. Jetzt dürfen wir. Das weiße Lämpchen hat nicht geleuchtet. Britz Süd, Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. Ist auch alles hier bei mir echt um die Ecke. Fährst echt nicht lange. Also, fährst schon lange. 15 bis 20 Minuten bist du mit dem Auto schon gut unterwegs. Aber es ist hier, es zieht halt einfach einmal komplett durch. Sogena. Okay. 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 ein. Okay. 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 Und jetzt ist das die Ecke herrscht gebracht. Okay. 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 ja ich denke mal wir werden die andere über uns waren dann nicht anschauen also das ist schon ärgerlich warum das sich so furchtbar anhört ausstieg links da werde ich lieber gucken dass wir dann die anderen beiden linien zumindestens von dem microsoft train simulator aufnehmen also wie gesagt die u2 und die u8 und sie noch mal anschauen gerade wir im nahverkehrsbereich müssen uns das anschauen eigentlich aber es ist halt immer so dass halt irgendwo immer irgendwas auf der strecke bleibt zeit zeit ist mangelware das ist wirklich so und ja ich bin zufrieden dass ich das erzählt zumindest schon mal geschafft habe ja jetzt kann ich das gedroht von der platte nehmen ja und ist halt nicht noch gefühlt ein halbes jahr installiert oder sowas und ja ist natürlich eine lange folge geworden muss dazu sagen ja also wir sind jetzt hier fast eine stunde angekommen aber so ist das ihr wisst ja selber dass ich versuche nichts zu stückeln ich mache das halt wirklich nur ungerne also wenn dann schon komplett ganz oder gar nicht und ja ihr seht es ja halt also es ist an sich wirklich tolles und tolles simulation das kann man wirklich lassen aber es ist halt so eine simulation die eigentlich in regel spiel zu sie zwei dreimal also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass es jetzt hier aktiv leute gibt die das jetzt hier rauf und runter spielen zumal es ja auch keine große mod community gibt oder sowas was halt positiv hat spricht dass ihr überhaupt das mittlerweile relativ günstig hinterher geschmissen gerade wenn es bei einem sales kostet das ganze ja ist das ganze vielleicht fünf euro oder sowas wenn überhaupt und wenn auf dem flohmarkt zählt kriegte das ganze bestimmt schon für ein zwei euro hinterher geschmissen damals war es nicht so groß mit der steam zwang also wie heute bei den spielen und wieder epic steam weiß ich war es für eine plattform so kann man da auch gedroht sind halt zuschlagen weil ihr wisst ihr müsst müsst natürlich draufstehen da sonst steht ja mal so irgendwas drauf so mit steam oder so das sollte halt nicht dann draufstehen ja und sonst wie gesagt könnt euch das ja selbst gerne mal anschauen aber ich denke mal nachdem ihr jetzt das video hier vielleicht bis zum ende jetzt durchgesehen habt aber trotzdem bin ich der meinung dms studios hätte bei den schien simulatoren bleiben sollen aber naja lassen wir uns überraschen was mit sebastian wird jedenfalls ist ja dann die nächste berliner simulation denn die dann kommt mal gucken ich bin auf jeden fall mehr gespannt drauf was eigentlich nur mit der welt auf software reihe passiert ist nachteil 4 kam nichts mehr hat man sich ja dann eigentlich nur noch an den fernbus simulatoren gesetzten tos bass simulatoren jetzt ob da noch irgendwann mal was kommt das steht eigentlich in den sternen zwickauer damm Ausstieg links. Zug nach Rudow. Einsteigen, bitte. Zug nach Rudow. Einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte. Zug nach Rudow. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg links. Und damit sind wir in der Enthaltungsstelle angekommen. Rudow. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Und damit, wie gesagt, endet dann auch unsere Fahrt, unsere Folge. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, habt ihr das selbst mal eventuell mal gespielt? Wie fandet ihr das damals? Und wie findet ihr das heute noch? Außer diesem Tonproblem, wo ich mich entschuldigen muss. Ich weiß aber nicht, wo dort das Problem liegt. Denn, wie gesagt, die Ansage an sich funktioniert ja ohne Probleme. Auch jetzt haben wir keine Probleme. Ich weiß nicht, woran das Ganze hier liegt. Dann, ja, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es rein. Und, ja, würdet ihr es heute immer noch spielen wollen? Dann, wie gesagt, nutzt die Schriftschreibfunktion unten. Und dann lasst es mich wissen. Ich bin zufrieden, dass wir das jetzt endlich hier auf dem Kanal haben, dass ich das endlich zeigen konnte. Wie gesagt, weil ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Simulation geworden. Und die darf absolut eigentlich nicht fehlen. Sie haben abgestellt, die Simulation endet hier. Okay, dann haben wir jetzt hier auch praktisch unseren Abschluss bekommen. Ja, wie gesagt, nutzt da die ganze Kommentarfunktion. Wie gesagt, ich selbst finde es nicht schlecht. Also, es macht halt immer noch Spaß, hier mal irgendwann mal eine Runde zu drehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier permanent die Simulation am Laufen habe. Jetzt lösche ich es wieder und vielleicht in ein, zwei Jahren mache ich es immer wieder an, weil ich wieder eine Runde fahren möchte. So sieht das Ganze eigentlich aus hier mit Word of Subway. Aber, naja, an sich finde ich, es ist echt gut gelungen. Es ist eine lange Fahrt, es macht Spaß eigentlich. Es sieht gut aus, immer noch, auch nach vielen, vielen Jahren danach. Und, ja, mehr kann man hier an sich ja nicht sagen. Und wie gesagt, hat absolute 4K-Unterstützung noch. Also, das können leider nicht viele Simulatoren, so wollen wir es sagen, die dazu noch zusätzlich ganz gut aussehen und gute laufen. Ja, Leute, damit würde ich mich verabschieden hier. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr so lange dabei wart, dass ihr vielleicht jetzt noch bis zum Ende durchgehalten habt, über eine Stunde. Und, ja, damit verabschiede ich mich hier. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.